Du siehst doch bestimmt dauernd diese Übung auf dem Stairmaster. Ich muss dich leider enttäuschen, diese Übung bringt dir gar nichts. Wenn du dein Bein nach hinten bringst, spannst du zwar den Po und den Beinbeuger an, aber dadurch baust du keine Muskeln auf und du straffst auch nicht die Rückseite deiner Beine. Wenn also eins von den beiden Sachen dein Ziel ist, dann mach Krafttraining und das hier nur als Warm-up.